Hey Leute, willkommen zu diesem neuen Video und zwar gibt es heute mal 5 Arten von Bad Wars Spielern. Schaut gerne bei Levin vorbei, denn dort haben wir auch nochmal 5 Arten von Sky-Bars Spielern aufgenommen und jetzt viel Spaß. So Leute, heute spielen wir mal ein bisschen Bad Wars und das haben mir meine Freunde gesagt, das ist ganz toll. Allerdings haben sie mir auch gesagt, es gibt sowas, das ist so gelb und damit kann man die Spieler ganz toll kaputt machen. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Ich weiß nur nicht, wann dieses gelbe Zeug mal da aus diesem Sprudelding rauskommt. Ich kenne mich nämlich eigentlich gar nicht so aus, aber meine Freunde haben mir das ein bisschen gesagt. Da, da ist so ein gelbes Ding. Das ist Gold. Gold. So. Mit dem Gold kann ich es mir jetzt... Oh, Bögen. Aber da brauche ich ja drei Stück. Ich habe ja jetzt nur einen. Naja gut, dann kaufe ich mir erstmal so ein Swerd. So, das Swerd. Das ist schön. Dann noch eine, so eine Holzspitzhacke. Genau, das haben mir meine Freunde auch gesagt. Das ist ganz toll. Dann noch Sandstein. Genau, das sagen sie, soll man sich auch immer kaufen. So. Oh, da ist noch ein neues Goldzeug gekommen. Das heißt übrigens Gold. Jetzt weiß ich das auch. So. Ich hoffe, dass dieser Gegner gleich nicht kommt, weil ich glaube... Oh nein, da kommt er schon. Oh nein. Ich muss mal schnell mein Bett einbauen. So. Kurz das Bett zu bauen, meine Damen und Herren. Das ist immer... Da muss ich jetzt ganz schnell sein, weil der kommt jetzt da oben tatsächlich. Oh, er ist runtergesprungen. Haha, was ein Trottel. So. Jetzt habe ich schon drei von diesen Golddingern. Jetzt kann ich mir schon einmal so einen Bogen kaufen. Allerdings brauche ich jetzt für noch, glaube ich, einen Pfeil. Ah, hier. Oh, der kostet vier von dem Ding. Ja, dann kann ich mir jetzt einen Pfeil kaufen. So. Ja, okay. Warte. Nee, ich kaufe mir noch ein paar mehr. Moment. So. So. Ein paar Pfeile hier kaufen. So. Okay. Jetzt kann der Gegner ruhig... Oh. Oh, da kommt jetzt der Gegner. So, den müssen wir jetzt wegmachen. Wegmachen. Oh nee, was für ein Ballsbammer. Oh, was für ein Ballsbammer. Weg. 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 Ich muss ihn... Ah, blöder Ballsbammer. Ja, ja, ich habe ihn runtergeschossen. Okay. Jetzt muss ich mir wieder neue Pfeile kaufen, weil ich habe nur noch 22 Stück. Ich muss ihn direkt zuwaschen. Ey, wer spielt das schon mit Gold? Das ist doch bestimmt für mich. So, 55 von den Pfeilen habe ich jetzt. Ich kenne mich jetzt halt nicht so gut aus, aber ich sehe den ja halt auch nicht. Ah, da kommt er wieder. So. Oh, da haben wir ihn direkt wieder runtergeschossen. So ein Ballsbammer. Das ist ja toll. Oh, da freue ich mich. Jetzt habe ich schon... Da haben die mir gesagt, ich muss... Schrägsträger. S-T-A-S-T eingeben. Oh, ich habe da keine Rechte für. Naja, dann haben die wohl sich wieder in den Server reingehackt oder so. Oh, da kommt auch schon wieder einer. Müssen wir kurz mit dem Bogen draufschießen. Mit dem Bogen draufschießen. Oh nein, was hat der denn jetzt da? Jetzt kann ich den ja gar nicht da rausschießen. Oh, da habe ich ihn getroffen. Das ist ja toll. Da freue ich mich. So. Hm. Dann... Ich bin ja jetzt auch mutig. Und deswegen stelle ich mich jetzt hier oben hin. Und baue mir jetzt hier so ein... So ein tolles Haus. So. Das mag ich nämlich auch besonders gerne, wenn ich hier so eine kleine Hütte habe. So, jetzt mache ich hier... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, so ein scheiß Booster, aber ich spiele nicht mehr. Auf Wiedersehen. Da habe ich ihn runtergeschossen. Nee, ich spiele ehrlich nicht mehr. Also ich spiele nicht mehr. Das ist ja toll. Jetzt muss ich nur noch warten, bis er wiederkommt. Oh, da habe ich gewonnen. Das ist ja ein Zufall. Hey, meine Wache-Freunde. Herzlich willkommen auf dieser neuen Map. Ähm... Und ja, ähm... Ich würde einfach mal sagen, wir waschen direkt diesen Loops hier. Wir gucken mal deine Stats an. Auch Stats gehen hier nicht, weil ich spiele gerade Game One. Das ist One, da ist eine gewisse Zeit und für eine große Runde. Wobei, hätte ich eigentlich auch geschafft. Ich bin der Washer. Und ähm... Ich bin ja eigentlich hier auf Gomme gehasst, weil ich bin Tag 1 im Washer-Plan. Und ja, ähm... Wir sind jetzt hier direkt in der Mitte. Und das ist alles ganz im Lied. Nur, ähm... Leider habe ich keine Blocke mehr. Aber wir warten jetzt einmal auf den, weil das ist voll der Miet. Guck mal, da kann ich mal richtig bauen. Was für ein schlechter... Mensch, ey. Leute, jetzt muss ich hier warten. Was ist das denn? Was ist das für ein schlechter Typ? Guck mal, wie der sich baut. Oh, so. Jetzt habe ich den direkt gekillt, weil ich bin halt einfach Washer. Ich kann das. Ich habe so die Rechte dazu. Und ja, ja, ja. Dann zieht man mal wieder meine Krill. Guck, guck. Hier. Wie, wie? Ich glaube, der Hekt. Hekt der? Nee, nee, der Hekt nicht. Doch nicht. Der Hekt doch nicht. Ich bin Washer. Der kann nicht hacken. Oh doch, der Hekt. Der Hekt. Der Hekt. Lass mich doch in Ruhe. Der Hekt. Ich schwöre euch, der Hekt. Der Hekt. Wer hat der Hekt? Ey, ich bin Gott. Blass, Lippor. Wie heißt der? Chimo, Elf, die unteregelt. Ja, Chimo, Elf, die unteregelt. Hier, die unteregelt. Okay, bestimmt fort. So. Guckst uns bestimmt gleich ein Stuff an. So, Hallöchen. Ich bin's, euer Minecraft Pro XX HD LP HD XX 123. Und heute spielen wir mal Beet Wars. Was, glaube ich, heißt das? Das haben mir meine Freunde gesagt. Die haben mir gesagt, ich muss hier dieses braune Bronze nehmen. Und jetzt muss ich hier zu dem Dorfbewohner. Und dann haben die mir gesagt, ich brauche immer Blöcke. Muss ich das da reinmachen? Oh ja. So. Oh, das dauert ja lange. Muss ich hier ganz oft draufdrücken. Ach Mensch, das dauert jetzt ja lange. Das ist ja echt doof. Ach, mein Mann, Mann. Da gibt es doch bestimmt einen anderen Weg. So, dann packe ich das da hin. Und noch ein paar. So, das packe ich da hin. So, dann baue ich jetzt mal mich da hin. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist aber irgendwie was Wichtiges bestimmt. Wenn das da ist, vielleicht ist da ein Gegner, gegen den ich kämpfen muss. Aber ich habe da gar keine Ausrüstung. Was muss ich denn gegen den machen? Und ich habe immer noch ein bisschen Angst beim Bauen. So, nicht, dass ich runterfalle. Ach, Mann. Ach, muss ich jetzt wieder so lange da draufdrücken? Ach, Mann, Mann, Mann. Oh, da kommt schon jemand. Oh, wei. Den muss ich jetzt wegmachen. Äh. Oh, nein. Ich kann ihn nicht runterschlagen. Oh, nein. Nein. Der hat mein Bett abgebaut. Oh, nein. Oh, nein. Och, das ist ein doofes Spiel. Das spiele ich nicht. Da sind immer nur so gemeine Leute. Yo, Leute. Was geht? Ähm. Heute bin ich auf dem Mimu-Gommel-Server. Und ich bin euer Bauskiller. Und ja. Ähm. Ich habe einen ganz neuen Hack getrunken. Ganz nice. Ähm. Direkt aus dem Internet gedownloadet. Und ähm. Der ist ganz easy. Und zwar. Ähm. Warte. Ich muss noch ein paar Blöcke. Blöcke haben. Weil ich muss ja rüber bauen. Weil Blöcke gibt der Hack nicht. Und das geht ganz einfach. Ähm. Irgendwie ist die Zeit aktuell auf Gomme verpackt. Mich wundern, wer gleich die Zeit irgendwie verpackt ist. Wir bauen zwei Blöcke. Und es liegt dann ganz oft. Und ähm. Ja. Und ähm. Dann seht ihr. So. Und dann sind wir einfach direkt bei dem Gegner. Ich weiß nicht, warum der noch nicht gebaut hat. Ähm. Aber es ging ganz easy. Oh. Oh. Ich glaube, der hackt auch. Ich weiß es aber nicht. Ähm. Aber er kann irgendeinen Hack haben, den ich nicht kenne. Es gibt ja immer solche Leute. Oh. Warte. Ich mach hier noch, äh. Kill Aura an. Nein. Oh. Der hackt wirklich. Der hackt wirklich. Oh. Ja, aber ich hab, ich hab natürlich mein Bettabbau-Dings da. Der ist ganz easy. Oh. Ja, guck. Wie gesagt. Der ist ganz easy. Haha. So ein Mu. Okay, Leute. Okay, Leute. Das war's dann mit dem Video. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Und wenn ihr euch den, auch diesen Hack haben wollt, kostet nur 400 Euro. Ganz billig. Auf Wiedersehen. Jo, bros. Heute spielen wir mal ganz schnell Runde Badwars hier, weil ich mein, ich bin krass und die anderen alle nicht. Und deswegen, ja, gewinnen wir einmal eben kurz. Ich muss nur, ah, hier vorne ist ja auch eine komische Map, ist bestimmt neu oder so. Keine Ahnung. Interessiert mich aber auch nicht. Ich will einfach nur gewinnen. Und das ist das Wichtigste of the life. Und, ja, jetzt werden wir mal hier kurz schnell rüber gehen. So. Und, ach, Mann, immer diese Bugs. Ey, warum lag das? Dieser Server, ey, also das ist ja echt. Ne, war alles der Server. So, jetzt muss ich hier schnell. Oh Gott, da kommt schon einer. Ja, ist egal. Den kriegen wir eh easy. So, hier. Kurz sowas. Hier. Und zack. Oh, nein. Nein, das ist nicht wahr. Nein, der hackt. Guckt euch das an, wie der hackt. Und, seht ihr das? Hier, alles Hacks. Alles Hacks. Hier, guckt euch das an. Wie kann man denn so dreist hacken? Das finde ich doch echt schon wieder doof. Das verdirbt einem hier den ganzen Spielspaß, wirklich. So, jetzt haben wir ihn getötet. Mein Gott, immer diese Hacker. So, gehen wir kurz da rüber. Jetzt hat er mir hier immerhin auch nochmal einen schönen Weg gebaut. Kurz auch mal rüber. Zack, zack, hier. Schnell hoch. So. Vorne ist er auch schon. Bam. Och, man. Immer diese Lags. Das ist doch wirklich immer doof. Das gefällt mir gar nicht so jetzt. Oh, nein. Da kommt schon wieder jemand. Zack. Okay, den haben wir erstmal eben wieder. Ey, der nervt aber auch. Der gibt keine Ruhe. Das sind doch echt wieder nur diese Möchtegern-Pros. Die dann Hacker sind, ist das eigentlich Bad Warp. Jetzt sind so und dann, keine Ahnung, so da. Jetzt können wir durchwenden. Zack, freie Fahrt. Jetzt nehmen wir das Bett weg. Und jetzt müssen wir ihn eigentlich nur noch runterschlagen. Das dürfte auch recht einfach sein. Jawohl. Und dann haben wir hier kurz ein bisschen gewonnen. Und dann, ja, war es das von mir mit dem Pro XX HD 123. Auf Wiedersehen.